Die Landeskrone, die Landeskrone, das ist ein hoher Berg. Der Mensch dagegen, der Mensch dagegen, das ist ein kleiner Zwerg. Ja, wenn die Burschen dinken und die Blätter klingen und der Rund, der schmeißt uns raus aus dem Haus. Was kann das Leben uns schön verstehen, wir sind im Görlitz zu Haus. Und an der Neiße, und an der Neiße, da steht ein Warnsteinhaus. Ja, fließt das Edel, da fließt das Edel, das ganz Kron hier heraus. Ja, wenn die Burschen dinken und die Gläser klingen und der Wirt, der schmeißt uns raus aus dem Haus. Was kann das Leben uns schönes geben, wir sind im Görlitz zu Haus. Die Peterskirche, die Peterskirche, das ist ein altes Haus. Doch zum Examen, doch zum Examen, sehen wir viel älter aus. Ja, wenn die Burschen dinken und die Gläser klingen und der Wirt, der schmeißt uns raus aus dem Haus. Was kann das Leben uns schönes geben, wir sind im Görlitz zu Haus. Berliner Straße, Berliner Straße, da gibt es ein Kaffee. Es nennt ein jeder, es nennt ein jeder, das Görlitz zartete. Ja, wenn die Burschen dinken und die Gläser klingen und der Wirt, der schmeißt uns raus aus dem Haus. Was kann das Leben uns schönes geben, wir sind im Görlitz zu Haus. Ja, unser Görlitz, ja, unser Görlitz, das ist eine Stadt am See. Und jeder kennt dies, und jeder kennt dies, den wir ja zoffen sehen. Ja, wenn die Burschen dinken und die Gläser klingen und der Wirt, der schmeißt uns raus aus dem Haus. Was kann das Leben uns schönes geben, wir sind im Görlitz zu Haus. Juhu! Juhu!